Nachthimmelzauber. Ein Geheimnis wird gelüftet. Der Nachthimmel. Ein endloses Mysterium, das seit jeher die Menschheit fasziniert. Der Nachthimmel. Dunkel und undurchdringlich. Ein Ort, an dem Geheimnisse verborgen liegen und Geschichten erzählt werden. Millionen von Sternen funkeln, wie Diamanten auf schwarzem Samt. Jeder Stern trägt seine eigene Geschichte. Ein Licht, das aus der Vergangenheit zu uns reist. Doch da ein Lichtstreifen. Schnell und flüchtig. Eine Sternschnuppe. Ein Moment der Magie, der uns den Atem raubt. Was ist das Geheimnis hinter diesem Phänomen? Was verbirgt sich hinter diesen flüchtigen Lichtblitzen, die uns staunen lassen? Sind sie Botschaften aus einer anderen Welt oder einfach nur kosmischer Staub? Begleiten sie uns auf eine Reise in die Tiefen des Universums. Lassen sie uns die Geheimnisse der Sternschnuppen ergründen und ihre wahre Natur enthüllen. Wir lüften das Geheimnis der Sternschnuppen. Diese faszinierenden Himmelserscheinungen, die uns immer wieder in ihren Band ziehen. Schon seit Menschengedenken faszinieren uns Sternschnuppen. Alte Kulturen sahen in ihnen Zeichen der Götter, Botschaften aus dem Jenseits. Sie sind mehr als nur wissenschaftliche Phänomene. Sie sind Teil unserer Kultur, unserer Träume und Hoffnungen. Sie sind Zeichen am Himmel, geheimnisvoll und schön. Ein flüchtiger Moment, der uns daran erinnert, wie klein wir im großen Universum sind. In ihnen spiegeln sich unsere Träume, Wünsche und Hoffnungen wieder. Ein Blick in den Nachthimmel. Und wir sind wieder Kinder, die an Wunder glauben. Funkelnde Tränen des Kosmos Faszination. Sternschnuppe. Diese leuchtenden Himmelsphänomene haben die Menschheit seit jeher in ihren Bann gezogen. Sternschnuppen. Schon der Name klingt nach Magie. Sie sind wie kleine Wunder, die uns daran erinnern, dass das Universum voller Geheimnisse steckt. Nach etwas Besonderem. Und das sind sie auch. Jede Sternschnuppe ist ein winziger Teil eines Kometen oder Asteroiden, der in unsere Atmosphäre eintritt und verglüht. Denn in ihnen verbirgt sich ein Stück des riesigen Universums, das uns umgibt. Ein Stück, das Millionen von Kilometern gereist ist, um uns für einen kurzen Moment zu verzaubern. Sternschnuppen erinnern uns an die gewaltigen Kräfte, die im Kosmos wirken. Kräfte, die Sterne entstehen und vergehen lassen. Die Galaxien formen und verändern. Sie zeigen uns aber auch die Schönheit und den Zauber des Weltalls. Ein Zauber, der uns in stillen Nächten den Atem raubt und uns zum Staunen bringt. Ihre flüchtige Erscheinung macht sie so besonders. So unwiderstehlich. Sie sind wie flüchtige Träume, die uns daran erinnern, wie vergänglich und kostbar jeder Moment ist. Wir sehen sie nur für einen kurzen Moment. Dann verschwinden sie wieder. Wie eine schöne Erinnerung, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert und uns daran erinnert, die Magie des Augenblicks zu schätzen. Was sind Sternschnuppen? Ein Blick hinter den Schleier. Doch was genau sind Sternschnuppen eigentlich? Die Wissenschaft gibt uns Antworten. Sie nennt sie Meteoriten. Es sind kleine Gesteinsbrocken, oft nicht größer als ein Sandkorn. Manchmal aber auch deutlich größer. Sie stammen aus den Tiefen des Alls. Diese kosmischen Wanderer rasen mit unglaublicher Geschwindigkeit durch das Weltall, bis sie auf die Erde treffen. Oder besser gesagt, auf ihre Atmosphäre. Von Kometenstaub zu Sternschnuppen. Eine kosmische Reise. Woher kommen diese Gesteinsbrocken? Die meisten Meteoriten stammen von Kometen. Oder Asteroiden. Kometen sind wie riesige, schmutzige Schneebälle. Sie bestehen aus Eis und Staub. Wenn sie der Sonne näher kommen, verdampft das Eis. Der Staub wird freigesetzt. Asteroiden sind felsige Himmelskörper. Sie sind kleiner als Planeten, aber größer als Kometen. Auch sie verlieren manchmal Gesteinsbrocken. Diese Brocken, ob von Kometen oder Asteroiden, werden zu den Meteoriten, die wir als Sternschnuppen bewundern. Glut und Leuchten. Wenn Himmelskörper die Erde treffen. Wenn ein Meteorit in die Erdatmosphäre eintritt, passiert etwas Faszinierendes. Er rast mit hoher Geschwindigkeit auf die Luftteilchen zu. Durch die Reibung entsteht Hitze. Der Meteorit heizt sich auf und beginnt zu glühen. Dieses Glühen sehen wir dann als Sternschnuppe. Der Meteorit verbrennt dabei meist vollständig. Nur selten erreichen größere Brocken die Erdoberfläche. Tanz der Perseiden jährliches Schauspiel am Firmament. Manchmal sehen wir besonders viele Sternschnuppen. Dann sprechen wir von einem Meteorstrom. Ein Meteorstrom entsteht, wenn die Erde die Staubspur eines Kometen kreuzt. Die Perseiden sind so ein Meteorstrom. Sie sind jedes Jahr im August zu sehen. Ihren Namen haben sie vom Sternbild Perseus. Aus diesem Sternbild scheinen sie zu kommen. Die Perseiden sind ein beeindruckendes Schauspiel. Ein Zeichen für die Verbundenheit der Erde mit dem Kosmos. Wünsche und Legenden Die Magie der Sternschnuppen Seit Jahrhunderten blicken die Menschen in den Nachthimmel und lassen sich von den leuchtenden Spuren verzaubern. Sternschnuppen haben die Menschen schon immer fasziniert. Diese flüchtigen Lichtblitze, die den Himmel durchqueren, wecken in uns eine tiefe Ehrfurcht und Neugier. In vielen Kulturen ranken sich Mythen und Legenden um die Leuchtspuren am Himmel. Von den alten Griechen bis zu den indigenen Völkern Amerikas. Jede Kultur hat ihre eigenen Geschichten. Oft gelten Sternschnuppen als Zeichen der Götter oder als Seelenverstorbener. In der griechischen Mythologie galten sie als Tränen der Götter, während sie in anderen Kulturen als Botschaften aus dem Jenseits gesehen wurden. Ein weit verbreiteter Glaube ist, dass man sich etwas wünschen darf, wenn man eine Sternschnuppe sieht. Dieser Glaube hat sich über Generationen hinweg gehalten und wird auch heute noch von vielen Menschen geteilt. Wichtig ist, dass man den Wunsch niemandem verrät. Es heißt, dass der Wunsch nur dann in Erfüllung geht, wenn er geheim bleibt. Nur dann geht er in Erfüllung. Diese geheimnisvolle Regel verleiht dem Moment des Wünschens eine besondere Magie. Ob wahr oder nicht, der Glaube an die Magie der Sternschnuppen ist ungebrochen. Die Freude und das Staunen, das sie in uns auslösen, sind universell und zeitlos. Sternschnuppen erinnern uns daran, dass es immer Raum für Wunder und Träume gibt. Botschafter des Alls. Wissenschaftliche Bedeutung von Meteoriten. Für die Wissenschaft sind Meteoriten von großer Bedeutung. Sie sind wie Botschafter aus den Tiefen des Alls. Anhand ihrer Zusammensetzung können wir mehr über die Entstehung unseres Sonnensystems lernen. Meteoriten geben uns Einblicke in die Geschichte des Universums. Sie helfen uns, die Prozesse zu verstehen, die zur Entstehung von Planeten und Sternen führen. Sternstunden erleben. Tipps für Sternschnuppenjäger. Sie möchten selbst Sternschnuppen beobachten? Mit ein paar Tipps gelingt es Ihnen bestimmt. Suchen Sie sich einen dunklen Ort, weit weg von den Lichtern der Stadt. Nehmen Sie sich Zeit. Ihre Augen müssen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Besonders gut lassen sich Sternschnuppen während eines Meteorstroms beobachten. Informieren Sie sich über die Termine. Dann heißt es Geduld haben und den Himmel beobachten. Mit etwas Glück werden Sie mit einem faszinierenden Schauspiel belohnt. Blick in die Unendlichkeit. Dem Himmel so nah. Sternschnuppen sind mehr als nur Gesteinsbrocken aus dem All. Sie sind faszinierende Phänomene. Sie verbinden uns mit dem Universum. Sie regen unsere Fantasie an und erinnern uns an die Schönheit und die Geheimnisse des Kosmos. Nehmen Sie sich Zeit, den Himmel zu beobachten. Lassen Sie sich von den Sternschnuppen verzaubern. Und vielleicht geht ja sogar ein Wunsch in Erfüllung.